hallo ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal long time no see ich war jetzt fast über einen monat verschwunden auf meiner plattform und bin jetzt sozusagen mal wieder zurück wie lange und wie meine haare jetzt hier mitmachen kann ich euch gar nicht sagen weil ich habe bereits die fast 36 schwangerschaftswoche erreicht ich habe ehrlich gesagt die letzten vier wochen weder zeit noch große lust noch irgendwelche kraft gehabt überhaupt mich hinzusetzen um irgendein video zu drehen ich habe heute einen gigantischen beautyhall für euch also wirklich sachen die ich mir gekauft habe mein mann und ich sind mittlerweile verheiratet seit dem 8 11 haben geheiratet haben eine ganz süße kleine standesamthochzeit hier in unserem heimatstädtchen gemacht und ja es hat sich nicht viel verändert außer dass wir uns halt sehr viel mehr zusammengehörig fühlen aber das ist nach fast neun jahren beziehung glaube ich auch ganz normal kleine story time bevor wir diesen haul beginnen es tut mir wahnsinnig leid dass ich halt so wenig zeit hatte um meine videos abzuladen und praktisch irgendwelchen content für euch zu produzieren es hatte halt mehrere gründe einerseits habe ich zum beispiel eine zeit lang wieder hochgeladen gehabt trotz dass es mir nicht gut ging dann waren aber die abgänge der abonnenten kommen und gehen einfach trotzdem noch so so stetig dass ich praktisch kein wachstum gar nichts gesehen habe das hat mir halt auch irgendwie verleid getan weil es ist sehr sehr schwierig also leute ich bin der 36 schwangerschaftswoche und ich übergebe mich immer noch das bedeutet halt dass ich wirklich wirklich mich massig 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 lange darauf vorbereiten muss um praktisch content für euch zu produzieren das ist gerade echt nicht einfach und geschminkt bin ich eigentlich jeden tag also heute habe ich auch eine palette auf dem gesicht die zeige ich euch auch gleich total die schöne palette also aber beziehungsweise ich habe gar nichts anderes erwartet von der marke und es ist einfach sehr sehr schwierig geworden es gab auch persönlich ganz viele veränderungen ich habe von einigen menschen mich vom freundeskreis gelöst wie ihr bei instagram folgt mir da auch sehr gerne unter jenny what else youtube da bin ich sehr viel aktiver lad viele fotos so fast täglich eine insta story oder schreibt irgendwas rein was gerade aktuell ist oder ein süßes bild von uns oder wie es unserem kleinen sohn geht also wir bekommen einen kleinen sohn der ist momentan noch ein bisschen lumpi lumpi der liegt gerade noch ein bisschen falsch da müssen wir jetzt noch warten ob der sich auch von freiwillig runter bewegt oder ob wir einen anderen schritt gehen müssen das weiß ich noch nicht zu meinen schwangerschaftsupdates die ich eigentlich hochladen wollte ich habe mich dagegen entschieden weil einfach aus privaten gründen ich halt leider gottes eine sehr schwierige familiensituation habe wo ich halt weiß dass zum beispiel menschen mit denen ich keinen kontakt mehr möchte pack ich heimisch auf meinem youtube kanal pack ich informationen gaunern und so das ist echt echt ekelhaft leute und derjenige der das tut soll sich echt schämen weil es ist halt ein sehr sehr enger familienkreis der mir halt gerade manchmal tierisch auf den sack geht aber das ist halt glaube ich immer so und ich muss dann halt einfach dazu sagen auch die zeit fehlte mir so ein bisschen mich auch so mental wieder voll auf youtube einzulassen vor allen dingen ist es ist halt immer so leute ihr dürftet auch nicht vergessen das was ich hier tue ist vollkommen freiwillig und kostet halt mich nur geld beziehungsweise zeit momentan die ich in der nächsten zeit einfach weniger haben werde ich sehe meiner mutterschaft eigentlich sehr locker entgegen wir sind jetzt auch sehr vorbereitet wir warten auf unseren kleinen schatz ich habe jetzt noch einige wochen vor mir beziehungsweise noch mindestens drei wochen ja also aktuell tatsächlich jetzt vom video aus genau drei wochen hinten wie gesagt sind die ganzen sachen eingeräumt hier haben wir umgeräumt und wir haben jetzt echt einiges noch besorgen müssen gerade weil es jetzt rotzekalt geworden ist wie ist das wetter bei euch also bei mir ist es arschekalt muss ich sagen und da muss ich einfach sagen da habe ich jetzt einfach mich privat einfach mehr zurückgenommen war ich einfach wirklich ich sah wirklich sehr schlecht aus auch die hochzeitsvorbereitungen waren sehr anstrengend und das kleid ich zeige euch mal hier praktisch ein paar bilder von unserer hochzeit ähm es sind wunder wunderschöne pics rausgeworden ich war sehr zufrieden mit meinem make-up auch ich habe halt wirklich ähm so schwierige haut gehabt ich habe jetzt mittlerweile muss ich sagen wieder ganz gute haut also ich kann mich jetzt echt nicht beschweren oder so ähm was ist jetzt sozusagen ein paar dehnungsstreifen habe ich gekriegt aber jetzt auch nicht so schlimm wie ich gedacht habe und ähm ansonsten nuki geht's gut ilai geht's gut mein mann geht's auch gut die wohnung ist well prepared wir haben jetzt noch einen stubenwagen dazu gekauft haben wir einfach gedacht haben das ist doch nicht schlecht aber am meisten zugesetzt hat mir die veränderung im freundeskreis ähm ich habe mich auch still und heimlich von menschen zurückgezogen die ich äh über youtube kennengelernt habe über ähm weite kreise auch noch von früher noch kennengelernt habe ich habe einfach radikal aussortiert weil ich einfach denke dass diese menschen nicht mehr so an meinem leben teilhaben wollten wie ich mir das erhofft hatte ähm einfach ähm desinteresse gezeigt haben auch von vornherein gesagt haben ja dass zum beispiel ja wenn halt kinder kommen so natürlich man weniger zeit hat und so man hat sich auch für die freundschaft sehr wenig zeit genommen ähm es werden denke ich mal ganz normale veränderungen einfach sein die ich jetzt wahrscheinlich einfach nur massiv stärker wahrnehme wie andere aber ich muss einfach sagen momentan bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner natürlichen selektion die einfach gegangen ist darüber möchte ich sehr gerne ein video machen und zwar möchte ich jetzt gucken dass ich an den wochenenden jetzt tatsächlich wieder ab heute regelmäßig hochlade ähm es wird nicht mehr so krass beauty related gehen ähm ich habe einen ähnlichen weg vor wie jetzt zum beispiel die viktoria ähm folgt ihr sehr sehr gern auf youtube viktoria blush ist eine ganz ganz zauberhafte junge frau auch heiratet auch im mai nächsten jahres und ähm sie hat auch sich ihren content zum beispiel richtung bücher lesen also wer zum beispiel bücher recommendations oder so derartiges braucht ähm sollte mal dort auf dem kanal geht sie liest sehr sehr viel das wusste ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht bis ich dieses video gesehen hatte und ähm da könnt ihr mal dort vorbeigucken sie liest bücher und sagt euch dann um was es geht und wie sie die findet rankt die so ein bisschen oder in welcher kategorie sie einsortieren würde und wie gut die sind und ähnliches habe ich halt auch vor ich liebe beauty ich habe auch massiv gerade bei color pop bestellt ähm bei makeup revolution ist auch was unterwegs also es hat sich bei mir nicht arg viel geändert nur dass ich sehr 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 viel mehr picky bin mit meinen sachen sie sind nicht sehr sehr viel günstiger geworden das muss ich einfach sagen weil meine haut sich einfach so stark verändert hat dass ich gerade nicht anderes wie benutzen kann wie teilweise etwas teurere cremes weil ähm zum beispiel auch für meine dehnungsstreifen und so ich habe tatsächlich von rossmann urea creme benutzt und die war mega gut ähm so eine ganz günstige und ähm es wird dann halt auch ein bisschen mehr so von mir kommen solange ich den kleinen jetzt noch nicht da habe ja wie praktisch ähm sich auch mein leben verändert hat über die ganze schwangerschaft hinweg und vor allen dingen was ich euch auf jeden Fall sagen möchte ich danke euch von herzen dass ihr nicht einfach deabonniert habt und gesagt habt boah kein bock mehr dich lädt gar nicht mehr hoch es ist einfach eine ganz ganz andere zeit in meinem leben wo ich einfach denke oh mein gott wenn ich jetzt schon wieder das vierte mal über der schüssel hänge da hast du einfach keinen bock mehr dich hinzusetzen dann wie gesagt die veränderung im freundeskreis das tut weh also es tut weh zu sehen dass menschen die vorher mit dir gelacht haben und ähm du denen gut genug warst zum lachen plötzlich sich von dir abwenden und sagen ähm hä die ich nicht mehr cool genug oder einem das gefühl geben dass man halt gerade nicht so zu den coolen gehört ja ähm auch der support über die kanäle funktioniert nicht immer also menschen die ich hier auf youtube kennengelernt habe da kommt kaum support also kein repost kein gar nichts und das finde ich auch sehr sehr schade aber wie gesagt ich stelle das dann eben auch ein das macht mir jetzt auch nichts mehr ich denke immer noch dass ich eine absolute shopping queen bin und um das euch zu beweisen bleibt dran abonniert sehr gerne kostenlos meinen kanal wie gesagt es wird weiterhin content geben nur ich muss jetzt einfach gerade wieder so meinen alltag reinkriegen und dann natürlich auch mit dem kleinen ähm wie gesagt auf instagram werde ich euch sehr viel mehr privater mitnehmen ich will das auch so ein bisschen trennen von youtube und instagram weil ähm ich ehrlich gesagt ähm unseren sohn als denke ich mal sehr sehr heiliges sozusagen ein heiligtum äh ansehe und ich einfach möchte dass er auch so bleibt ähm vielleicht wird man ihn auch mal sehen ich denke eigentlich schon weil wie gesagt ähm ich denke nicht dass da was dagegen spricht ich habe jetzt auch gesehen dass die kisu ihr kleines kind bekommen hat oh gott die marlene marlene milena ist glaube ich total süß also total süßes kind ähm gerade meine ganzen freundin aus dem geburtsvorbereitungskurs kriegen gerade auch alle ihre kinder total aufregend und auf jeden fall vielen vielen dank fürs jetzt dranbleiben und wir zeigen euch jetzt beziehungsweise ich oder er oder wir zeigen euch jetzt was mama wieder eingekauft hat starten möchte ich mal mit der conspiracy palette von shane dawson in kooperation mit also beziehungsweise von jeffree star mit kooperation mit shane dawson und das ist auch das was ich auf meinem auge trage also ich habe jetzt einige reviews gesehen ich habe jede palette von jeffree star und fast jeden liquid lipstick außer diese metallischen die mag ich nicht und ich muss halt sagen ich bin halt absolutes fangirl ich liebe seine aesthetics ich liebe wie er halt sein make up produziert er hat jetzt eine saugeile serie herausgebracht wo man einfach sehen kann wie viel arbeit in dieser conspiracy palette steckte ich habe die kleinen nicht gekauft weil ich nicht so arg viel blau male im gesicht ich trage gerade nur sehr gerne blau ist übrigens gerade eines meiner lieblings police weil er einfach noch passt und das ist die conspiracy palette ich trage wie gesagt auf dem augen in der kombination aus diesen beiden in der transition dieser praktischen außenwinkel und praktisch diesem hier und muss sagen ich zeige euch die ganze naht das ist eines der schönsten und coolsten paletten die ich habe es ist allerdings eine palette die ich finde wenn ihr die tragt sehr grungy auf den augen raus kommt also ihr habt sowas ihr könnt dann habt auch ein geiles schwarz wie gesagt mir was fast scheißegal gewesen und wenn er dadurch war reingepresst hätte in fünf nuancen hätte ich die glaube ich trotzdem gekauft weil ich liebe jeffrey star ich finde auch die ganzen videos ganz cool und ich mag den einfach auch wahnsinnig weil der hat halt natürlich hat der geld wie scheiße aber zu recht muss ich sagen und ich liebe diese palette ich habe aus der kooperation noch leider nicht alles bekommen und zwar habe ich hier noch eine liquid lipstick gefunden ich versuche euch mal hier ein bild einzublenden den habe ich auch getragen als ombre jeffrey what the fuck das ist praktisch ein pinkener und ich hätte gern ich glaube irgendwie jeffrey filming filming with oder irgendwie wieder heißt das ist so ein ganz tolles korall knallrot den werde ich mir auf jeden fall beim restock hat besorgen ich habe bei beautybay bestellt anders war es nicht zu schaffen es war wahnsinnig schwer die zu bekommen und trotzdem ich liebe die zwei produkte ich habe die jetzt super super gern getragen die conspiracy palette trage ich heute das vierte mal oder fünfte mal habe immer so ein ganz einfachen look geschminkt das ging rucki zucki da war überhaupt kein problem und ich liebe diesen look dann habe ich hier tatsächlich noch einige essens sachen gekauft wo ich dachte nicht schlecht nicht schlecht und zwar habe ich hier also das ist total durcheinander ich habe jetzt hier von essens und ganzen stapel tatsächlich hier liegen den ich euch direkt komplett zeigen möchte und zwar habe ich einmal die from center with love ich kaufe solche le produkte wahnsinnig gerne im sale da könnte bei rossmann war gab vor drei wochen ich habe 30 prozent plus 10 prozent wenn noch einen gutschein habt da habt ihr die einfach mal für sechs euro gekriegt essens wird jetzt auch ein bisschen teurer und ich habe die tatsächlich schon einige male benutzt die erinnert mich sehr an eine huda beauty palette diese news palette ich bin jetzt auch an der hand ich würde gerne diese retrograde mercury palette von huda beauty haben das ist diese ganz neue und ich finde die irgendwie von den farben super saugeil und auf jeden fall das ist diese center palette und ich finde die wahnsinnig schön ich habe die auch schon etliche male benutzt ich muss sagen die kommen jetzt richtig mit geilen sachen raus dann habe ich ich hier eine ich muss ein bisschen ein bisschen angasen weil ich habe tatsächlich hier noch eine arschvoll sachen da drin liegen und so habe ich von der glow my mind baked highlighter palette eine highlighter palette in drei farben die farben heißen hier we glow again und dann haben wir praktisch ein ein gold ein bisschen eisiges und ein peach um da habe ich jetzt noch gar nichts aufgetragen ich würde jetzt gern für euch diesen ganz äußeren peach ton ja und ich sage euch diese essence highlighter die werden echt immer besser der ist jetzt nicht so wababum in die fresse sondern der ist einfach so schön bei essence muss ich sagen da hat sich die qualität unnormal verändert also total gut sogar bei high end muss ich sagen also ich bin mittlerweile sehr high end also ich würde sagen mal so 80 20 ja foundations zum beispiel kann ich ohne probleme aus der drogerie nehmen puder eher weniger außer die brighters brightener puder von essence das finde ich immer noch saugeil aber diese palette hat mich glaubt 10 euro kostet mit den ganzen prozenten war ich dann glaube ich bei sechs euro oder so dann habe ich im internet jetzt gesehen gehabt dass essence diese kleineren paletten total oft hatte und habe jetzt gewartet bis es die bei douglas kam auch mit 20 prozent und ich liebe die ich habe hier irgendwo ich weiß nicht diese die bangkok palette das ist eine sehr warme palette die ich aber echt hardcore abuse ja also dafür gewaltige und hier haben wir die palette aloha honolulu super schöne farben und ich muss sagen von der qualität her echt nicht zu verachten ich finde die hammer hat für das dass es halt echt wenig geld kostet das schimmer ist auch sehr schön und muss sagen dass die palette wirklich super aussieht ich ehrlich gesagt ich glaube für die 5,99 ich glaube irgendwas mit 4 euro gezahlt habe die habe ich tatsächlich gekauft bei auch bei rossmann die habe ich mir mal samstag bestellt als dieser sale da losgegangen ist und ich finde die richtig richtig toll ich benutze die auch wahnsinnig gerne um das sind halt paletten die halt einfach in die tasche stecken könnt ohne halt angst zu haben oh mein gott die ist jetzt kaputt oder so dann haben wir ciao venezia also auch das auch das packaging finde ich total süß und auch sehr detailreich muss ich sagen das ist auch eine palette die ich sehr 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 gerne benutze und zwar liebe ich diesen ton hier oben den benutze ich auch super gerne das ist einfach so eine richtig schöne alltagspalette aber etwas dunkler ich finde auch hier diese braun töne richtig gut schimmer ist etwa halb halb anteil und ich finde die sehr sehr gut wie gesagt achtet ein bisschen drauf die gibt es allerdings nicht in dem ständerle sondern ihr müsst die im online shop kaufen und da haben wir noch die farbe haben wir noch die hell hey l a das ist eine palette die ich erst gedacht habe boah die gefällt mir gar nicht aber die muss ich sagen ist auch super hübsch also gerade das pink gefällt mir unnormal gut also das ist so ein schönes pink und auch dieses orange schön also da sind also da hat es uns wirklich was tolles gemacht auch für jemanden der im frühling zum beispiel also ich habe ich habe zum beispiel schon einfach das rosa getragen mit ein bisschen lila so ein bisschen pastelliger geschminkt sah auch super schön aus muss ich sagen und es gab jetzt auch ein paar le's also beziehungsweise ein paar sehr viel mehr le's auch bei rossmann und diese ganzen le's von rival de loup young da habe ich jetzt auch noch einige sachen für euch dann von der center kollektion habe ich mir diesen pinsel geholt und zwar zwei davon ich benutze tatsächlich einen um komplett mein back weg zu machen und der andere um hier oben in der jawline und so packig meinen bronzer aufzutragen ähm der andere sieht es so aus und ähm super weich super geile qualität ich mag die wahnsinnig gerne und von der glow my mind gab es auch noch mal einen aber ich konturiere mein gesicht gar nicht mehr so stark weil ja ein rundes gesicht ist für mich ein rundes gesicht ist kein problem dann gab es noch diese kleinen essence fire paletten das waren auch online exclusives ähm da habe ich jetzt mal eine mitgenommen ähm ja die ist in ordnung die ist jetzt nicht so gut wie die anderen muss ich sagen aber die ist echt echt schön und dann natürlich als hardcore disney fan habe ich mir drei von diesen le paletten geholt damals statt für 10 für 5 99 weil ich halt voll die aktion abgewahrt habe die sind bei uns eingeräumt worden genau in der woche wo es die 30 prozent auf lidschatten gab und ich habe natürlich gleich meine fangzähne ausgepackt und habe dann ding ich habe jetzt zum einen mal die palette bell und zwar ist das so eine ich finde saugeil also schade ich hätte es eigentlich mal so schminken können das ist eine saugeile palette also die habe ich jetzt schon echt oft benutzt ähm auch wenn man es jetzt nicht sieht ähm das ist einfach so so ein geiles blau und solche pastellblau sind halt echt schwierig und das dunkelblau ist auch saugeil ich finde die qualität super gut ähm was ich jetzt nicht so mag sind die schimmer weil also wenn man halt high end halt viel viel hat also ich habe bestimmt mehr wie manche normale menschen da draußen ähm kann man halt nicht vergleichen dass man wenn man sagt okay man hat eine jeffree star palette eine nabler palette oder so dass die schimmer halt einen von den von den socken haben aber sie sind schon okay ja ähm ich benutze die schimmer töne meistens so als inner corner oder hier oben in diesem augenbrauen das ist dann praktisch auch schon das höchste der gefühle weil ich finde halt die kacken halt nicht so rein weil ihr braucht natürlich auch richtig kraft wenn ihr metallische töne habt dann habe ich mir einmal das mit der tiana geholt ähm äh kiss the frog und da fand ich das ich fand also ganz ehrlich also ich finde diese diese farbschemen die essence rausgebracht hat das schimmer mega interessant also dieses grasgrün dann dieses ja ich würde sagen dieses gepresste glitzer oder schimmer oder was das ist die sind also die sind richtig geil ähm und auch so dieses praktisch diese diese fluoreszierende da praktisch dieses weiß ich dieses mit dem shift also es ist schon richtig cool so blau grün irgendwie ähm ich finde das farbschema richtig geil also es könnte für mich auch eine nabler palette für 30 euro sein und ähm ich finde das farbschema mega schön wie gesagt das ist die tiana die kriegt die mittlerweile auch immer noch also irgendwo fahren die immer noch rum sie waren glaube ich nicht so ganz beliebt ähm weil halt auch ehrlich gesagt auch viel shitshow im internet gewesen ist viele haben gesagt ja ähm die sind nicht so gut die haben kein gutes color payoff ich finde halt schon ähm man muss halt nur damit arbeiten können und sich damit auch schminken können also für mich ist das kein look wenn man halt einen gelben transition nimmt und sagt das ist patchy und gibt darüber einen metallischen ton das ist natürlich blödsinn wie gesagt das ist die ariel palette und das ist meine lieblingspalette absolut der shit sag ich euch ähm wie gesagt die habe ich auch ähm im sale gekauft und ich finde sie sehr gut also ähm für das geld könnt ihr euch nix äh nix wegnehmen wie gesagt es sind super schöne geschenke wenn ihr euch noch irgendwie dafür interessiert schaut mal im ross mal also die stehen echt noch überall rum dann habe ich noch ähm ja so wie manch andere die 9091 palette von Alicia Marie geholt die habe ich auch einer sehr sehr guten Freundin geschenkt meinem Schatzelein der Tamara äh zum Geburtstag ähm da müsst ihr bei BH mal gucken ähm das ist eine super geile Palette ich liebe die die ist auch echt immer auf meinem Tisch die hat super perfekte transition shades dann hat die einfach mal so schöne duo chromes ja ähm wo ihr wirklich sagen müsst wow also da könnt ihr echt echt für euer Geld ich glaube 22,50 oder so ähm sie findet sie auch sehr sehr schön es ist ein tolles Geschenk weil es einfach so user friendly ist es ist so einfach mit der zu arbeiten ich habe übrigens ein Haar einfach im Gesicht und ich kriege es nicht aus meinem Make-up raus und ähm das ist eine wirklich sehr schöne Palette ich finde auch eines der schönsten Kolloperationen die die hatten weil erstens mal die Farben zu dem Mädel gepasst haben also Alicia hat ja nicht so die Standard Looks oder so aber sie hat jetzt einfach mal duo chromes rausgebracht die von der Produktion her sehr teuer sind und ähm und dann habe ich jetzt noch zwei Paletten äh beziehungsweise ein paar Paletten noch und dann kommen wir aber zu kleineren Sachen ich habe mir tatsächlich die Luvia Cosmetics und Maxim Giacomo Kooperation gekauft ich hatte früher Kontakt zu ihm ähm mittlerweile hat sich das aber ziemlich gelegt also ähm als er angefangen hat mit YouTube ähm war das jetzt ganz anders also ich muss sagen ähm ähm die Palette ist leider Gottes bei mir total durchgefallen weil ich weiß ich kann euch nicht sagen warum ich musste hier andauernd die Shades mischen ich habe die echt oft probiert also die sind wirklich gut also kann man nichts sagen ja also bababum ähm sind wirklich gut das Problem ist ähm die Shades also zum Beispiel ich mag zum Beispiel überhaupt nicht wenn die Shades so zusammenhängen ähm weil ihr kriegt halt immer irgendeine andere Farbe raus und manche Shades waren viel zu dunkel manche Shades sahen viel zu dunkel aus der einzige Farbe das Can Relate ähm was ich auch nicht mochte ist das Can Relate das ist halt voll geklaut von Jeffree Star und das mag ich halt nett ich finde halt wenn man ein Man im Make-up ist dann sollte man auch seine eigene Ästhetics oder sein eigenes Image aufbauen und nicht sich bedienen an den Image anderer Leute und das Can Relate ist halt Hardcore Jeffree Star jeder der ihn kennt ist Can Relate das ist sogar auf jedem T-Shirt von ihm drauf ähm die Farbe Cecilia die ist wirklich sehr hübsch also die benutze ich aber nur auf dem Inner Corner das sind wirklich super schöne Blinding Highlighters das Problem ist ihr müsst mischen ähm ich habe keine einzige Freundin oder einen Kollegen gehabt der diese Palette ohne Mischen benutzt hat weil ich habe die wirklich häufig benutzt also ihr seht das ja auch ich habe ja wirklich darin rumgegraben ähm also die obere Reihe kann ich persönlich für mein Gesicht gar nicht benutzen das einzige außer Can Relate ähm den habe ich da jetzt nicht drauf sondern der Essens Highlighter ich werde die jetzt benutzen auf jeden Fall aber leider Gottes muss ich sagen für 30 Euro wäre die viel zu teuer ja man muss einfach auch sagen es ist halt ein YouTuber der um die 50.000, 55.000 Abonnenten hat ähm es sind halt auch Menschen wie zum Beispiel Luisa Krushen ja ich denke mal die kennen sich ja auch untereinander die halt wirklich Pinsel rausgebracht hat nach 300.000 Abonnenten oder 200.000 Abonnenten und es war ein netter Versuch finde ich aber ähm ich muss euch einfach ganz ehrlich sagen ich habe so viele Highlighter dass ich die Essence Palette euch super empfehlen könnte diese jetzt aber nicht weil wenn ihr halt sehr hell seid habt ihr halt mehr Chancen wenn ihr zu dunkel seid passt das einfach nicht und ich bin halt genau Mittel Medium Medium Beige ja mit einem Olivenunterton da ist die Palette also sie hat mich nicht so aus der Kacke rausgezogen wie ich gedacht habe ja ich habe sie zum Support natürlich genutzt ich habe zum Beispiel auch den Pinsel sehr gerne benutzt ähm ich finde die Verpackung sehr schön ich finde das Format auch sehr gut ja aber ich fand den Preis echt so happig also ich ähm für jemanden der jetzt so neu durchstartet finde ich hätte ähm eine Reihe gelangt und praktisch dann eben oh so äh eine Reihe gelangt und praktisch dann einfach sehr sehr viel tauglichere für mehrere Hauttöne weil ich kann halt nur sagen ich habe sie wirklich ich musste immer mischen und mich persönlich hat das ein bisschen genervt weil ich habe die mit 30% Rabatt geholt da gab es einen Code ähm da habe ich dann glaube ich 21 Euro bezahlt das war dann noch okay aber wenn ich halt vergleiche ähm da würde ich mir lieber einen Champagne Pop oder einen Opal von äh Becker kaufen für 40% der sowohl für helle wie auch für dunkle Töne geht weil er einfach halt anders changiert im Gesicht und auch mit dem Licht einfach besser fällt und ähm ich finde auch dass die Textur mittlerweile auch eine ganz eigene ist also die wirkt halt natürlich sehr feucht aber es funktioniert halt nicht mit jedem Make-up wenn ihr matte matte Foundations zum Beispiel tragt wie ich dann sieht es halt aus wie draufgekackt und wenn ihr halt also so richtig Ding und ihr müsst noch mit dem Sponge nacharbeiten und das ist etwas was ich zum Beispiel als Zusatzarbeit nicht ganz einsehe weil es eigentlich 30 Euro schon sehr viel Geld sind dann habe ich mir etwas mit meiner Freundin gegönnt und zwar waren wir bei Natasha Denona einkaufen und wir haben uns beide im Sale diese Palette gekauft und beziehungsweise sie hat noch ein paar andere gekauft ich habe mir mal die Natasha Denona Sunset Palette rausgelassen so eine schöne Palette allerdings natürlich nichts was ihr noch nichts gesehen habt die Palette liegt preislich bei 114 Euro ich habe jetzt 90 knapp 89, 88 Euro bezahlt ich hoffe ihr könnt es sehen es ist eine wirklich tolle warme Palette ich trage halt warm das ganze Jahr über ein tolles Packaging wir geilen jetzt noch nach der Metropolis von von Natasha Denona was ich aber dazu sagen muss Natasha Denona und Pat McGrath was ich euch dann später noch zeige sind keine Anfänger Paletten also das sind keine Paletten wo jemand hingehen sollte der nur einen Blenderpinsel hat und so weiter die Looks werden nicht schön wenn ihr praktisch als Anfänger praktisch sich solche Paletten kauft weil das halt oft ausgepresste Pigmente sind und natürlich ein bisschen schwieriger zum auftragen ist da werden Leute furchtbar fuchsteufelswild dabei dann würdet ihr wahrscheinlich denken Gottes Willen das ist eine scheiß Palette das ist für wirklich so Pros ich würde mich jetzt als Pro bezeichnen aber wirklich als jemand der sich auf jeden Fall schminken kann und wirklich auch aufwendiger mal eine Stunde sich hinsetzt das werde ich auch als Mama weiterhin tun weil ich finde ich habe ja auch einen Papa zu dem Kleinen und der Kleine kann hier neben mir liegen ich mache gestimmt mein Make-up und dann werden wir auf jeden Fall irgendwie ist das Management immer drin wenigstens eine Base so eine normale Base ohne viel Augenmake-up aber ich wollte unbedingt mal eine Natasha Denona haben die habe ich mir jetzt zu Weihnachten gekauft und zur Geburt des Kleinen wenn es schlimm wird damit ich mich ein bisschen freuen kann und auf jeden Fall ich finde sie super super schön die Metropolis wie gesagt ist auch ganz oben auf meiner Liste sind aber fast 140 Euro muss ich sagen da gucke ich mal wie es im Black Friday aussieht weil wie gesagt Mama zu werden heißt ja nicht scheiße aussehen zu müssen das kommt bei mir auf gar keinen Fall in Frage und ich habe jetzt noch ein paar Paletten die ich euch so so ans Herz legen möchte ich habe noch immer Sachen da ich hoffe ihr habt heute einen langen Atem und zwar habe ich hier von der Revolution Pro Reihe ich habe auch noch die anderen beiden und zwar gibt es mittlerweile fünf davon Pat McGrath ist eine wirklich hardcore arschteure Marke das ist diese Palette diese Palette kostet dich 140 bis 150 Euro mit Shipping aus den USA und ich muss euch sagen ich würde noch mehr für die bezahlen weil die einfach der Shit ist der absolute Shit ich sage es euch das ist so eine Palette die habe ich an meinem zweiten Feiertag also an meinem zweiten Hochzeitsfeiertag gefeiert weil die einfach meine Looks ich sah so krass aus mit dem also allein die Topper ich swatche auch nicht weil die sind echt teuer das ist eine Pat McGrath Palette das ist eine Mothership Bronze Seduction die ist halt Pat McGrath ist halt eine dunkelhäutige Make-up Artistin aus Amerika und jeder der so ein bisschen sich was gönnen will kennt Pat McGrath und Natasha Denona ich muss sagen ich würde Pat McGrath bevorzugen allerdings hat die Hardcore Preise also die kostet jetzt sage ich mal nur 112 Euro habt aber viel mehr Farben und das ist halt eine Pat McGrath mit fast 140 weil ihr die schippen müsst wo war es da runtergefahren und da hat mir jetzt bisher also die neuen da ist eine Palette die mir noch sehr sehr gut gefällt da muss ich mal gucken das ist so eine blau türkise das ist wie gesagt eine ganz ganz tolle Palette mit sehr sehr speziellen Toppern jetzt kam Revolution Pro aber mit so geilen Paletten raus und ich muss euch sagen die sind einfach krass geil also ich finde die einfach mega und da haben wir hier einmal die Day and Night Earth and Stone Rock and Royal und Truth or Dare also Wahrheit oder Pflicht ich zeige euch mal Night and Day allerdings habe ich die beiden jetzt schon länger und Leute die sind vom Aufbau genau gleich sind gleich haben auch tolle Duochromes kosten 12,99 und sind der absolute Shit sage ich euch das ist wie gesagt die Day and Night ich swatch euch einfach nur mal das Blau das ist absolut der Hammer sage ich euch die Qualität ist so geil und ich muss halt sagen ich benutze die auch wahnsinnig gerne das ist jetzt zum Beispiel hier so eine Art Duochrome das funktioniert auch wahnsinnig das ist eher ähnlich wie dieses Hattie Shade also ähnlich so eine super super schöne Palette das ist wie gesagt die Day and Night ich habe die jetzt direkt bestellt auf Revolution Beauty das war ja vorher diese Makeup Revolution Seite und habe die jetzt Package darüber bestellt funktioniert eine Woche sind die Sachen da wenn es schlecht läuft dann habe ich hier noch eine die ist so ein bisschen die heißt ja Earth and Stone man sieht die auch die ist auch sehr earthig geiles wirklich absolut geile Farben so einfach zu verblenden und die und die Verpackung ist so eine Schlangleder imitat total geil dann haben wir hier noch die Rock and Royal die ist halt voll der Lila Palette von Natasha Denona farblich nachgearbeitet und die Farben sind der Hammer sage ich euch also wenn ihr irgendwie dran kommt und wirklich euch mal traut da zu bestellen es ist so easy es ist auch kein Zoll dabei und dann habe ich noch die Truth and Dare die ich auch super oft benutzt habe die kommt der Bronze Seduction sehr nah sehr sehr schön also ich swatch euch mal diese Hardcore Farben und die haben auch eine super schöne Textur also es ist wirklich geil und bisschen krümeliger natürlich wie so teure Paletten aber Leute ich habe jetzt wie gesagt die liegen jetzt so vier Stück bei 50 Euro ihr könnt dann auch noch kurz benutzen ach und weiß der Teufel und dieses Glitzer Topper Shade es gibt halt Topper da drin was auch sehr selten ist und finde ich mega geil die Qualität dann habe ich noch zwei Lidschatten Paletten und dann sind wir endlich mit den Paletten durch ich habe jetzt einfach mal von drei Monaten alles zusammengelegt ich habe mir die ersten Huda Beauty Paletten gekauft Huda Beauty leider Gottes ist nicht ganz cruelty free weil die halt Wimpern verkauft die noch so Mink Lashes drin hat also praktisch von so Nerz praktisch oder von Tieren die Schwanzhaare und so sie sagt aber sie macht das jetzt nicht mehr und sie hat jetzt praktisch eine Möglichkeit gefunden die schön zu gestalten ohne Tiere Packstab für zu verwenden weil Leute mir kann keiner erzählen Wimpern werden gemacht Hati also meine Lieblings Lashes sind ja die von Hatice Schmidt von der Kooperation mit Love und ich muss sagen ich habe jetzt mal einfach mich an zwei Paletten herangetraut Leute ich finde die so schön also die hat Nudes Paletten rausgebracht und zwar Paletten die man halt zum Alltag tragen kann wir haben einmal die mittlere und einmal die Rich und ich finde beide bomb diggity ich finde die so schön die kosten beide 30 Euro also nicht täuschen lassen nur weil sie klein ist das ist eine wunderschöne Verpackung seht mal das ist die Rich das ist eine wirklich tolle Palette die kommt über dieses künstliche Licht einfach so scheiße rüber es gibt noch mal eine hellere dann seht ihr einfach also richtig schön gestuft ich habe mir erst diese gekauft und fand die Quali einfach so geil wirklich Leute matte perfekt verblendbar super easy wenn ich ein Bild habe zeige ich es euch hier und die mittlere sieht auch so schön aus das sind so Paletten wenn ich halt echt gar nicht weiß was ich schminken soll dann kacke ich mir die auf die Augen und sehe einfach Bombe aus damit dann habe ich hier bei dem Kauf im Sephora mit meiner Freundin noch Tarte die Holiday Collection mitgenommen und zwar sind es drei solche Stacks wie bei den Melts ja und das sind einfach bei Tarte findet ihr ja bei Dingen und das sind solche die dreht ihr euch so raus und dann habt ihr praktisch also ich glaube das ist jetzt das hellste das ist praktisch Gold so ein Move und ein Peach ich finde die super praktisch weil die könnt ihr zumachen alle drei zusammen haben tatsächlich nur 35 Euro gekostet wenn ihr euch auskennt ist es so dass bei Tarte ein Blush schon 26 Euro kostet und ihr kriegt jetzt neun Produkte und dann haben wir hier das dunkelste von allen da benutzt also ich kann alle Blasche benutzen ich kann jetzt auch diesen Ton hier benutzen das ist jetzt halt praktisch einfach bei mir ein Lidschatten es macht aber nichts weil ihr könnt ja auch praktisch Lidschatten Highlighter und so alles auch dafür benutzen das macht ja echt gar nichts super super schön ich finde auch dieses Konzept geil ich habe jetzt in zwei Jahren die Blush Books gekauft das sind praktisch diese Blasche davon da habt ihr dann ich glaube neun Blasche und einen Highlighter auch für 35 30 Euro bekommt das ist wirklich verdammt wenig Geld wenn ihr überlegt dass es Tarte ist ja und das ist halt eins was ich am liebsten nutze das ist mit so einem Champagne Highlighter und denen zwei und ich mag den oberen Ton sehr als Blush so peachig wenn ich im Alltag bin das in der Mitte ist schon sehr benutzt das ist der Move Ton davon ich kann es leider nur nicht so zeigen im Licht so ich glaube jetzt ist ganz gut und der Highlighter da unten die sind nicht so krass beaming die sind jetzt nicht so puh sondern das sind halt wirklich schöne ganz schlichte Highlighter mega mega schön ähm dann habe ich noch eine wie ihr seht ich war sehr aktiv die letzten Monate eine Jenna Frooms Loves äh das ist so eine LE gewesen bei Primarkt und hab mir natürlich wieder ein ich hab den Blush jetzt drauf also der Blush ist jetzt gerade in meinem Gesicht und der Highlighter Leute der ist so krass also der ist so so schön ähm das sind so Blush Doos leider gab sie nur in einer Farbe ich glaube der hat 4 Euro gekostet ich muss sagen ich hab sehr gerne Highlighter und Blushes von Primark natürlich wisst ihr nicht so 100% was da drin ist aber das wisst ihr bei den anderen Sachen auch nicht weil keiner von uns ist Biochemiker und weiß 100% okay das ist jetzt so viel das ist jetzt das und das und das das ist halt so ein bisschen schwierig aber das kriegt ihr auch noch mit der Zeit raus und ähm wenn wir jetzt auch schon auf Complexion Products kommen ja ähm zeige ich euch mal die Foundations die ich die letzten Monate ähm beziehungsweise auch benutzt hab und natürlich auch dementsprechend gekauft hab ähm das erste was ich euch zeigen wollte ist nochmal ein Backup der Healthy Foundation von Physicians Formula die kriegt ihr bei Douglas für 20% weniger liegt er bei knapp 10 Euro oder Rossmann sehr sehr schöne Foundation super dicker Applikator habt ihr da ich weiß gar nicht wo das offene bei mir ist hier da ist so ein also ich bin jetzt mittlerweile durch drei Flaschen durch da ist ein super fette Applikator und den tragt ihr auf nehmt so eine ich hab jetzt grad so die Applikation mit so einer fetten Brush gerade für mich entdeckt ja weiß jetzt grad noch nicht wo die ist ähm und ähm ihr tragt dann praktisch so ein paar Punkte auf und dann macht ihr so ein bisschen und dann seid ihr eigentlich schon fertig dann trage ich sehr 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 gerne die Zoeva Authentic Skin Foundation in der Farbe Gratitude also packe Schwerkraft so eine geile Foundation ich liebe die des Todes ähm super healthy super dünn und trotzdem geile Deckkraft ja und ähm ähnliches muss ich leider auch sagen über die NYX Born to Glow Foundation die NYX Born to Glow Foundation hat mich total überrascht ähm es sind ähm 30ml drin also lasst euch nicht täuschen ähm da sind zum Beispiel genau gleich drin und es sieht natürlich nur anders aus ich mag die Tuben ich kenne die ja von der äh Fit Me Foundation die ich ja immer noch mega gern hab in der 128 das ist auch so ne die ich halt immer benutze das ist dann überhaupt kein Thema die benutze ich einfach auch die ganze Zeit ähm und die ist auch wahnsinnig schön super coole Deckkraft auch nicht zu viel nicht zu wenig und wenn ähm entweder lasst ihr die halt glowy dann müsst ihr aber damit rechnen dass sie auch verrutschen kann oder ihr settet die mit nem Puder da hab ich jetzt für mich auch die ganze Zeit das Cody Espan wieder für mich entdeckt das bekommt ihr bei Amazon das ist also eins der besten Translucent Powders die ihr kriegen könnt das ist so richtig Drag Queen Puder ähm da könnt ihr richtig bacon da könnt ihr alles voll klatschen da rutscht auch nix im Gesicht rum das kann ich euch sagen und die teuerste Foundation die ich mir diesen Monat also beziehungsweise das Chalettes Mod gegönnt hab ist die Dose of Colors ähm Meet Your Who ähm Foundation von Dose of Colors ich hab die Farbe 122 Medium 10 sie ist etwas dunkel aber mit ein bisschen Concealer in der Mitte und T-Zone aufhören funktioniert die mega gut brauche ich nicht so viel Bronzer ist eine super Velvet Full Coverage Foundation aber nicht so puh also die ist jetzt keine All Nighter Foundation oder so von der ich jetzt zum Beispiel grad ein bisschen abgehe weil meine Haut halt trockener wird durch die Schwangerschaft und natürlich auch durch dieses massive Erbrechen was ich einfach auch hab seid ihr ein bisschen vorsichtiger ähm ein paar Setting Sprays möchte ich euch noch auch zeigen die ich echt sehr sehr gut finde immer wenn ich in Stuttgart bin mit meiner Freundin nehme ich mir immer eins dieser Sprays mit und zwar ist es das Catrice Energizing Prime Care ähm Prime and Care Spray mit Grapefruit Kiwi und Vitamin C 5 Euro kostet es ähm hat einen tollen Spritzer also schmeißt die bloß nicht weg ähm ich hab das jetzt auch so gemacht zum Beispiel da drin in der Lore Flasche es ist ein Mario Badescu ich glaub Aloe Vera Cucumber oder so und die haben einen tollen Spritzkopf ähm ich hab die immer in die Spülmaschine geschmissen und hab da zum Beispiel ein anderes ich hab da zum Beispiel auch Rosenwasser drin oder so ähm das ist allerdings alles original befüllt aber sehr sehr gut das andere ist mit Aloe Vera Matcha und Panthenol das ist eher so zum Hydraten das zum Energizen also ist ein ganz toller Spritzer also es äh hört sich hart an ist aber super vom Vernebeln ihr seht gleich so viel fresher aus und vor allen Dingen der Geruch ist so unkünstlich das ist richtig geil und künstlich sind diese da nicht und zwar sind das die Slay Older Setting Sprays von Gerard Cosmetics ähm das ist auch nicht ganz billig ich glaub die beiden kosten irgendwie 40 Euro zusammen das ist einmal der Duft Jasmin und einmal Coconut Jasmin riecht halt hardcore wie ein Asia Shop mitten beim neuen Wareneingang ja und der Coconut riecht auch sehr sehr künstlich ich muss beim nächsten Mal irgendwie Rose nehmen oder irgendwie was neutraleres weil ich einfach Kopfschmerzen davon kriege aber die Dinger halten das Öl egal was ihr für Öl habt definitiv in euren Poren es kommt nix raus so so ein geiles Spray also ich hab jetzt beide benutzt und ihr seht ja ich benutze sie auch gleichzeitig ähm damit sie praktisch aufgebraucht werden ich hab auf meiner Hochzeit wirklich ein tolles und sehr schweres Make-up gezaubert wie gesagt ich zeig euch Bilder natürlich von dem Make-up auch ähm es war sehr aufwendig und ähm das war ja nicht ganz unklar dass ich praktisch ein sehr aufwendiges Make-up möchte weil ich einfach nicht so ha ich mochte halt kein weiß nicht deutsches Make-up mit natürlich as fuck oder so das ist bei uns nicht so ich sag ich will kein natürlich ich will hardcore orientalisch und schön viel drauf gekackt damit man bloß auch gut aussieht ähm also das ist Kindergarten Make-up im Gegensatz zu dem zu meiner Hochzeit aber mein Mann kennt mich so mein Mann liebt mich auch so und mein Mann schätzt das auch er findet das sehr sehr hübsch und ähm ich hab jetzt noch ein paar Produkte die ich euch zeigen möchte einen Pinsel den ich euch sehr sehr empfehlen kann ist ein angeschrägter Fächerpinsel von Ebelin und zwar hab ich den jetzt mal so ich hab den jetzt sauber gemacht wieder äh benutzt man den um hier praktisch eine schöne Kante reinzukriegen oder hier oben um was zu verbaffen oder so ich hab da zwei drei Stück ich glaub drei Stück davon einer noch eingepackt da hinten und zwei noch so in Benutzung das ist ein ganz neuer Pinsel ich glaub der kostet drei vier Euro oder so der ist grad bei Ebelin der ist richtig richtig gut ähm dann hab ich aus einer ganz ganz tollen LE Leute die kann ich echt das ist so geil ähm das versuche ich euch auch im Bild zu zeigen weil das ich hab immer wieder jetzt meine Looks abfotografiert damit ich euch auch das in der Anwendung zeigen kann und zwar hab ich hier einen Liquid Eyeshadow Crystal Fusion das ist von der Rival de Loup Young Kollektion und es ist ein Hardcore Dupe zu diesen Stila Magnificence Metals äh nur dass ich den fast noch besser finde also die sind sehr deckend haben Farbe ist so ein bisschen ins gräulich lilane also ist nicht ganz hell ja aber eine wahnsinnig geile Struktur ähm ihr seht auch es glitzert natürlich ja ähm es ist ein Glitzer aber es ist ein Glitzer was schon zur fertigen Anwendung zu benutzen ist was ich sehr sehr geil finde weil ihr einfach dann schneller fertig werdet äh und dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten und zwar hab ich eine neue Lippenpflege und zwar ich hab die letzten Tage echt Probleme gehabt mit Lippen und die die haben furchtbar gerissen und es war so so schmerzhaft ich dachte die kriegt die Krise und ich hab die ganze von der Lip Sleeping Mask von Laneige gehört dieses scheiß Ding kostet 22 Euro Leute und das ist mein absoluter Lifesaver ähm das ist auch das was ich auf den Lippen trage das hab ich jetzt hier schon eine Woche benutzt und schaut mal ganz wenig ähm der Topf der ich glaub ich weiß nicht ich glaub nächstes übernächstes Jahr ist fertig ähm ich will nicht dazu anstecken praktisch mehr Geld auszugeben für Make-up ich möchte dazu anstecken qualitativ Geld reinzustecken in Sachen die was helfen wenn ich mir überlege wie viele Blabellos ich gekauft habe und die scheißdinger helfen ach ich hab das Haar endlich weg die scheißdinger helfen einfach nicht also ich find Blabello mit ihren Wachsen furchtbar trocken also ich brauch so richtig Öl richtig Öl und ich brauch auch demnächst ich mein ich werd ein klein ein Baby hier haben das heißt ich möchte trotzdem schöne zarte Lippen haben weil ich werde ihn oft küssen oft umarmen er soll mich riechen und ich möchte halt wenigstens in ein paar der Zeiten wo man halt auch ein bisschen Zeit für sich auch hat ähm das ist natürlich seltener aber es ist nicht unmöglich ähm ein Kind ist ja kein Tumor sondern es ist ja wirklich eine Bereicherung für eure Familie und so sollte man auch ganz damit umgehen und ich freu mich eigentlich total auf die Aufgabe weil mittlerweile ich bin zum Beispiel gerade sehr müde die ganze Zeit und ähm hab gar keine Aufgabe und ähm kann ich schlafen kann ich atmen weil dem sein Kopf da feststeckt da muss ich einfach sagen hey das wäre ja cooler wenn ich jetzt was zu tun hätte den Kleinen sehen könnte eine meiner engsten Freundinnen hat ihre kleine Tochter vor zwei Wochen bekommen so ein Schätzle so ein süßes Maus die kleine Tiziana und ähm wie gesagt ich möchte da einfach mehr Wert drauf legen und lieber Geld reinstecken dass ich wirklich schöne Lippen hab es ist wirklich schon seit heute Morgen drauf Leute ich hab gegessen und alles und es ist einfach geiles Zeug wie gesagt das ist die Laneige Lip Sleeping Mask ich benutze die einfach ich steck die in die Tasche und bin good to go dann hab ich mir hier von Sephora das Vanillapowder nachgekauft ähm und zwar ich das so ein Undereye Powder was ich halt nehme um unter den Augen nochmal zu setten ähm ich hab hier halt Hit the Pan erreicht das ist auch sehr selten bei mir ähm es ist eigentlich es kostet glaube 14,99 das ist praktisch eine teurere Version von Banana Bright Powder von Essence aber ich finde die Qualität nochmal besser weil die halt nochmal pudriger ist und samtiger und somit eure Unteraugenregion nochmal besser setet und dann haben wir auch noch haben wir noch drei, vier Produkte und dann sind wir auch schon fertig ich hab mir von Physicians Formula die Healthy Puder Foundation mit einem SPF von 15 besorgt weil ich ja die passende äh Foundation dazu auch benutze und muss sagen das ist wirklich eine tolle Puder Foundation ich hab diesen Ding noch gar nicht so raus was bedeutet hier eigentlich Puder Foundation weil eine Puder Foundation zum Beispiel ist etwas was ich jetzt nicht so tragen würde also ich weiß ich müsste ja mindestens eine schmale Schicht Foundation tragen um ein bisschen sag ich jetzt mal Deckkraft zu bekommen und dann pack ich die Puder Foundation das ist übrigens auch eine nur halt in einer Farbe was bei mir halt aufhellend wirkt und muss sagen den Hype verstehe ich jetzt nicht so ganz aber Puder Foundation sind im Winter zum Beispiel bei mir jetzt gar nichts da trage ich zum Beispiel sehr gerne diese Healthy Foundation hier die trabe ich seitdem die rauskommen ist Anfang des Jahres da war ja schon ziemlich kalt Januar Februar und hab die nachts auch in der Nachtschicht getragen das einzige was ist sie wird leuchtender sie kriegt halt so eine Leuchtkraft wie jetzt pack ich das durch dieses Puder und durch dieses Spray was ich euch gezeigt habe von Catrice das refresht tatsächlich Energizing und das refresht euer Make-up einfach auch wieder und ihr seht ja ich sehe jetzt nicht totmatt aus zum Beispiel ich könnte mit dem Puder mich totmatt schminken aber das wäre natürlich nicht so gewollt sag ich mal und dann habe ich hier noch eine Recommendation das ist der Elf Poreless Putty Primer der Primer den könnt ihr bei ich glaube DM bestellen und der ist bei mir einfach mal halbfertig und zwar das ist Jeffrey Star hatte mal den entgegengesetzt zu dem Tartia Primer der irgendwie 60 Euro kostet oder so und war so so begeistert von der Konsistenz und von der Struktur ich nehme wirklich richtig gut von dem Produkt richtig rein und treibe mir das aufs ganze Gesicht besonders hier in der T-Zone weil es einfach auch ein Gerücht ist dass eure Ölproduktion besser wird wenn ihr praktisch einfach mehr mattes Zeug drauf knallt eure Haut braucht Feuchtigkeit sie braucht eine gleitende Grundlage um praktisch halt da so ein bisschen Make-up drauf zu packen ich muss sagen ich fahre seitdem wirklich verdammt gut in der T-Zone wirklich dieses richtig fettige und außen kann ich dann auch was anderes nehmen ich habe den Milk Make-up Hydrating Grip Primer der da der ist gerade bei mir gerade ein bisschen im Urlaub der hat auch 30 Euro kostet und ihr müsst einfach auch sparsam sein weil also ich will jetzt nichts sagen aber bei uns wird es auch eine Zeit geben ich glaube ab März da kriege ich Elterngeld da habe ich einfach mal nur die Hälfte des Lohns das ich sonst habe und da müsst ihr schon überlegen was ihr kauft und wie gesagt ich habe jetzt nochmal ein bisschen auf die Kacke gehauen noch ein bisschen durchprobiert und so und muss sagen da war ich sehr sehr begeistert genauso zu dem passenden Glitzer Ding hier gab es einen Highlighter und zwar natürlich wieder einen den ich so nicht tragen kann und zwar ist es der den ich im Inner Corner trage der ist so schön ich mag Rival de Loup Young die haben wirklich leider Gottes viel zu wenig Werbung machen die für ihre LEs also Leute ich habe davon sechs Backups kein Scheiß ich habe die gekauft dann wieder wo Lidschatten 40% waren das Ding hat auch nur 2 Euro kostet da lag ich irgendwie bei 1 Euro und da habe ich dann ey kommt wirklich zweimal komplett die Theke ausgeleert also in 2 Rossmann war mir auch egal weil diese Dinger sind so teuer und ich habe halt so bei uns also im Dörflich ist halt so da sieht halt kein Schwein die LEs also irgendwie bleiben alle liegen und dann kriegst du sie sogar reduziert und so und also das ist auch nicht so my cup of tea und nochmal bei von Rival de Loup sind jetzt wieder die Lip Kits da die kann ich euch auch wahnsinnig ans Herz legen sind so so gut diese Lip Kits sind die sind ein bisschen öliger und die funktionieren eher nicht so wie ein Liquid Lipstick sondern wie ein Lip Stain das heißt praktisch so ein Ding so eine Lippentinte die halt antrocknet die sind halt ordentlich futztrocken aber die Farben sind geil ich habe jetzt einmal die Farbe Graceful und Seductive also Graceful und Seductive das Graceful ist halt so ein schönes Morph wie ich es ja beim Calabasas so gerne mag und das ist halt so ein schönes Christmas Rot und für meine Augenbrauen Leute benutze ich den Wet and Wild Retractable Eyebrow Pencil den bekommt ihr bei Douglas mittlerweile bei Wet and Wild auch bei Douglas jetzt eingezogen ist und bei Beauty Bay da habe ich mir jetzt sechs neue gekauft weil mein Mann den tatsächlich auch benutzt weil er diesen diesen Besen da voll gut findet weil er für seine Augenbrauen auch so ein bisschen durchkämmen kann und sein Bärtle durchkämmen kann und Leute das war mein Haul ich hoffe es hat euch wahnsinnig Spaß gemacht ich habe das sehr vermisst hier zu sein aber wie gesagt seid mir nicht böse ich glaube jeder der halt diese Phase durchmacht Mama zu werden ist halt immer in einem Zwiespalt zwischen was ist irgendwie cool als Mama sage ich mal sich noch zu erlauben ich habe auch sehr sehr viel Gegenwind bekommen muss ich sagen weil ich jetzt halt so gerne bestellt habe und ich auch mit Make-up in der H&M habe den kleinen Bodies gekauft ja und muss dann einfach sagen dann war halt irgendwie weiß ich nicht wie soll ich sagen das war irgendwie nicht so gern gesehen dass ich dann Hardcore mit Make-up in der Babyabteilung stand weil manche Mamas halt das irgendwie missverstehen dass man halt als Mama sich nicht auch wohlfühlen kann ihr seid auf jeden Fall keine schlechte Mama wenn ihr zum Beispiel euch schminkt ich könnte hier sogar meinen kleinen Stillen hier unten drunter ja ihn hier drauf liegen lassen ihn ordentlich an mir zuckeln lassen und mir nebenher meine Augenbrauen machen wisst ihr ja also es ist eigentlich keine Ausrede ich habe deswegen mir mal auch die Methode mit dem ich hatte einen Zoeva Pinsel gehabt und habe noch von It Cosmetics diesen herzförmigen Pinsel den ich im Backup auch habe einmal und muss sagen ich habe dadurch schon mal gelernt sehr viel Zeit zu sparen weil ihr halt ganz schnell Make-up auftragt und so und ihr könnt so vieles parallel machen weil ich glaube wenn Frauen telefonieren Auto fahren und Navigationssystem anschauen können schaffen sie das auch mit dem Kind und es wird Zeiten hier geben da komme ich frisch geduscht raus dann wird gestillt und gekuschelt und geliebt und alles und ich sage mal so ich habe einen kleinen Chihuahua der wird auch noch seine Aufmerksamkeit benötigen klein Nuki Nuki geht es gerade nicht so gut der kommt gerade nicht so gerne aus dem Bett raus weil es ihm einfach arschekalt ist und ich hoffe ihr versteht das einfach dass wie gesagt der Content sich hier ein bisschen verändern wird ich habe schon mehrfache Versuche gehabt wieder regelmäßiger hochzuladen ich habe es dann vor zwei Monaten wieder versucht und leider ist die Rückantwort die Likes gingen wahnsinnig zurück und wie gesagt ich hoffe dass ihr weiterhin mir einen Daumen nach oben gebt schreibt mir sehr gerne in die Kommentare was es Neues bei euch gibt habt ihr Kinder seid ihr unterwegs haben Kinder sich schon bei euch angemeldet habt ihr wo ihr mir vor ein paar Monaten geschrieben habt dass ihr auch schwanger seid eure Kinder mittlerweile sich auf den Weg gemacht und da würde ich sehr sehr dankbar sein wenn wir uns einfach mal austauschen jeder der mich kennt weiß dass ich auch jedem was zurückschreibe also ich nehme mir auch die Mühe mal nachts zurück zu schreiben und wir sehen uns auf jeden Fall bald bald wieder meine Lieben im neuen Video wieder und bis dahin seid glücklich seid froh seid dankbar für alles was ihr besitzt und vor allen Dingen bleibt gesund das war auch nochmal sowas ich hatte jetzt eine Grippe eineinhalb Wochen lang und ich konnte weder vom Klo runter noch konnte ich mich anständig bewegen und war einfach total eingeschränkt und ich hoffe wie gesagt dass ihr euch diesen Winter nicht so zu Herzen nehmt und einfach auch gesund bleibt also bis zum nächsten Mal ihr Lieben Ciao Ciao